Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute erzähle ich euch ein wenig über Singvögel und deren Fütterung. Richtig füttern, so geht es. Achtung, bitte besonders im April bis Juli nicht das Wintervogelfutter verwenden, da die schädlich sein kann für die Jungvögel. Durch zu große Erdnüsse und Sonnenblumenkannen können die Jungvögel ersticken. Fettreiches Futter ist für sie schwer zu verdauen. Daher gilt für diese Zeit, kein Futter, keine Erdnüsse und möglichst keine Sonnenblumenkerne, sondern möglichst kleine Samen von heimischen Wildkräutern oder vielleicht auch Insektenfutter, frisch oder tiefgefroren aber möglichst nicht getrocknet. Grundsätzlich ist vor allem im Winter das Füttern empfehlenswert. Von November bis Februar ist bei den Singvögeln im Garten die Fütterungszeit. Bei Frost oder Schnee werden besonders viele Vögel das Angebot annehmen. Bei Füttern oder Anbieten von Trink- und Badewasser im Sommer, besteht eine große Gefahr der Infektion mit Krankheitserregern, gegen die in allen Fällen tödlich für die Tiere enden. Auf jene Maßnahmen helfen dabei wenig. Stellen Sie daher eventuelle Sommerfütterung sofort bis zum nächsten Winter ein, wenn Sie kranke oder tote Vögel auf Ihrem Grundstück vorfinden. Futterspender oder Futtersilus sind eine gute Fütterungsstelle. Auf diese Weise minimieren Sie Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern. Außerdem verdirbt darin das Futter nicht. Die Fütterungsstelle muss so gebaut und angebracht werden, dass das Futter auch bei starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst verdirbt oder verheißt. Sollten Sie dennoch herkömmliche Futterhäuschen verwenden, dann reinigen Sie dies regelmäßig mit heißem Wasser, legen Sie täglich nur wenig Futter nach. Dazu sollten Sie aus Sicherheitsgründen beim Reinigen Handschuhe tragen. Wohin mit dem Futterspender? Der Futterspender sollte an einem übersichtlichen Platz, so dass sich keine Katze anschleichen kann. Und Sie die Vögel gut beobachten können. Nein, angemessenen Abstand sollten jedoch noch Möglichkeit Bäume oder Büsche Deckung bei eventuellen Attacken von Raubvögeln sich anbieten. Vermeiden Sie Spiegelungen an Ihren Fensterscheiben. Bekleben Sie vielleicht gefährliche Scheiben von außen mit Lieblingaufklebern oder Mustern? Alternativ können Futterstellen auch direkt an Fensterscheiben angebracht werden, daher Kollisionen bei den kurzen Anflugwegen wenig gefährlich sind. Welches Futter eignet sich am besten? Von fast allen Arten werden Sonnenblumenkerne gefressen. Bei ungestilltem Kern fällt zwar mehr Abfall an, dafür verweilen die Vögel aber länger an ihrer Futterstelle. Die häufigsten Körnerfresser an ihrer Futterstelle sind Meißen, Finken und Spälinge. Bei uns überwintern daneben auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Amseln, Wacholderdrosseln oder Zaunkönige. Für sie kann man Rosinen, Obst und Haferpflogen in Bodennähe anbieten. Es gibt dafür spezielle Bodenfutter-Spender, die sich dafür besonders gut eignen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.